Was ist los hier? Achtung, eine Durchsage. Ich erinnere daran, dass wir diese Woche eine Fotografie zu Gast haben, die unseren Einsatz in Tumfunk automatisiert haben. Die Tumfunk sind anständig und seid ihr gegenüber genauso häufig und so vorkommend, als ob es eure eigene Mutter wäre. Das ist alles. Die Tumfunk sind anstrengend. Die Tumfunk sind anstrengend. Die Tumfunk sind anstrengend. 1-4-2, dann back to go. 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 Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020